So, 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 hallo, willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cypress Loof, ja beim letzten Mal haben wir unser Starter Digimon bekommen, unser wunderbares Palmonier, was lustig abdancet die ganze Zeit und ja, wir gehen jetzt einfach weiter, ich geh jetzt aber erstmal zurück, denn eigentlich genau, wollte ich eigentlich sie finden. Lass mich raten, sie wird jetzt angegriffen? Was ist das? Sehr gut! Aber das ist 6,000 Autopäe! Hahaha Natürlich Ja, okay Ist klar Nokia, please Allerdings, Augewoll Das denke ich auch Hi Ja, ich war da hinten chillen Ich hab Business zu tun Sorry Tschau Ist hier noch nicht mein Palmon aufgefallen? Ich hab mein Palmon gar nicht dabei Wo ist mein Palmon? Ah, jetzt fällt sie auf Hi Das ist ein Digimon? Dann ist es auch Digimon Das ist Digimon Aber das Digimon Das Digimon Das Digimon Ich kann nicht so schlecht Das Digimon 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 Das Digimon Alles klar Alles klar Asap Ja Okay Das ist ganz normal Wir haben Digimon dabei ist Alles normal Ja und wo will ich jetzt eigentlich hin? Das ist die gute Frage ne? Geh ich erstmal zurück? Oder nicht? Geh jetzt mal kurz zurück Das Spyboy Wie es läuft? Haha Ich freu mich zwar gar nicht, wenn es sich entwickeln wird Wenn es überhaupt die richtige Nimm das Ich hab keine Ahnung wie sich die Digimon entwickelt Ob es so wie in der Serie Digitiert ich hoffe nicht, weil ich möchte eigentlich kein Togemon haben Können wir das gleich auf die Ultrastufe überspringen Das fände ich viel besser Oh 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 Random Kämpfe Okay Digimon Scanner The Data Scan and save Digimon Scanner Naturalized DigiLab Made into allies Aha Okay Es wird also automatisch gescannt Okay Mach mal nochmal ein Skill Probier jetzt mal das Crascettleaf aus Zwei Koromon übrigens Kann ich das bitte fangen? Ich möchte Koromon haben Oh Da ist mal viel Schaden Au Das hat wehgetan Darf ich weiter mit mal Crascettleaf an Boom Boom Okay Wir haben Erfahrung bekommen Anscheinend Finde ich gut Encounter Swift Digimon Okay Wir müssen also auf die Gesundheit unserer Digimon 8 gehen Ich nehme mal an, wenn wir alle Digimon verloren waren Ist das ein Game Over? Alles klar Hier war ja nichts mehr Gut Nein Nein So dann suchen wir mal den Arata Warum er ja hin ist Ist gut dass die Boxen auf der Dings angezeigt werden wollte ich sagen 30 Prozent Okay ich bin mal gespannt wann ich mal was fangen kann ich probiert mal Aus wie viel der Angriff ausmacht der normale Angriff WTF Ja gut das sind Baby Digimon wahrscheinlich ne Die halten wahrscheinlich nicht so viel aus denke ich mal Ich greife mal einfach mal an der Ich überlevel mich einfach mal Warum nicht? Kann man ruhig machen PapuMon Metal Okay Escape Gate Ist das ein Fluchtseil? Escape Gate Escape from Battle Achso Ach man braucht Fluchtseile um vor den Kampf zu fliehen Interesting Auch mal interessantes Feature Hallo Dings Capture C Okay Nehme ich gerne alles Das Spiel erinnert mich echt an eine Mischung aus Pokemon und Hyperdimension Neptun Ja Ja das ist eine vierte Kombination aber daran erinnert es mich Ist so Au Lässt sich von einem Von einem Poyomon verdichten Palmon Oder angreifen besser gesagt Yay Wow wir kriegen ja viel Erfahrung von dem Video nicht Ich bin Cool So da drüben geht es vielleicht Warte habe ich eigentlich irgendwie eine Karte oder sowas Ist das eine größere Karte? Nein Nein Ich habe jetzt hier den Knopf ausprobiert Funktioniert nix Gut Dann gehe ich nämlich erstmal hier rechts Vielleicht ist ja hier noch irgendwas Ah da ist ein Dude Jetzt ist die Frage Will ich hier lang oder will ich da oben lang? Ja jetzt komm jetzt gehe ich da lang Okay Die Prozente steigen aber Au Das tat weh Boom Ah und wir bekommen auch Heil Items von den Gegnern Das ist schön Hi Dude Wir sind nicht wert hier Weiter zu gehen Okay Okay wir müssen uns erst als Als Hacker erweisen Damit wir hier weiter können Jetzt habe ich nicht geschaut Auf die Prozente Na ist egal Kämpfen wir dann eigentlich Wenn wir mehrere Digimon besitzen Kämpfen wir dann mehr gleichzeitig Oder Einzelne Wie gesagt ich habe keine Ahnung vom Spiel Aber so wie das aussieht Level up Nice Und jeder Wert steigt übrigens um 1 Das ist cool Scan complete Papumon Aha Aha wir müssen also die Digimon quasi Eine gewisse Anzahl Oft besiegen Und dann können wir die Scannen Quasi Ich lerne gerade das Spiel kennen Sorry Weißt wir können jetzt ein paar Bubon haben Okay Ich meine ich werde jedes Digimon fangen Was geht Ich meine warum nicht Aber wir gehen dann einfach mal weiter Ich habe mich zu tun Entweder Es ist etwas Oh, was ich wollte? Da war ich so? Oh, es ist eine Sprache? Ich habe ihn mit dem Chat gesprochen. Das ist nicht so, aber... Aber das ist... Ich denke... Ich denke... Ich denke... ...ist etwas... Wir haben wieder gehackt... Ja... Was ist jetzt... Ja... Okay, was auch immer das jetzt schon wieder war. Oh, er wieder. Hi, na? Hör auf mit deinem Scheiß. Ich vertraue dir nicht. Was ist denn, Maschinen-Dramon? Oh, da ist er. Ja, ich ebenfalls. Oh, okay. What the fuck? Oh, okay. Okay. Das ist der Wettbewerb? Das ist das Wettbewerb, was ich gehört habe. Ich bin einer der Wettbewerb, die ich nicht verstehe. Ich habe auch einen Wettbewerb. Ihr seid, ich bin hier. Ich weiß, dass ich etwas nicht verstehe, aber ich fühle mich. Ich werde das Wettbewerb, was ich rausgezogen. Ich werde den Wettbewerb. Ich werde das Wettbewerb. Ich werde das Wettbewerb. Schockstarre! Okay. Jetzt haben wir wohl Agumon und Gabubon dabei als Gast. Jawohl. Angriff hoch, ihn nicht runter. Das macht nur Schaden. Das macht genauso nur Schaden. Ja, unsere Skills machen wir auch Null Schaden, oder? Ich könnte das ja mal machen, ne? Vielleicht vergiften wir es ja. Gifty Gay Foy! Kritischer. Null Schaden. Null Schaden. Null Schaden. Ich glaube, irgendwie, das wird nix. Null Schaden. Okay. Okay. Bösartig. Bösartiges Ding. Geh weg. Ich hab nicht gelesen, was das ist. Scheiße, ich hab nicht gelesen, was das ist. Ich hab nicht gelesen. Oh, irgendwie kommen wir nicht mehr rechtzeitig, oder? Zurück. Fürchte ich. Ich wusste es, es war so klar. Was? Wen soll ich schon wieder finden? Warnung. Ihr könnt nicht ausloggen. Ihr könnt euch ausloggen. Ihr könnt nicht ausloggen. Ihr könnt nicht ausloggen. Ihr könnt nicht ausloggen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Logik? Egal. Mach doch. Wir haben nichts getan. Du fährst viel zu schnell, Kollege. Nice drift, die Dude. Oder du den. Das sieht komisch aus mit den Reitern, aber gut. Ich bin, wenn mich nicht ausにな. Das ist das, die Stadt. Kann ich mich selbst wie hierhin verleta? Ja. Ich habe einen solchen Schuss ausprobiert. Als ich gerade hinterhergeleitet, kann ich mich mit der Kopf auf. Ich habe mich verletzelt. äh, erstmal das wichtigste Ich hoffe übrigens, ich kriege keine Strikes hier wegen der Musik, aber ich hoffe's einfach mal Okay. Wir verschmelzen uns quasi mit unserem Avatar. Okay. Wo sind wir hier? Ja, das ist eine coole Frage. In Shinjuku. Natürlich. Und wo sind meine Kolleginnen? Das ist komisch. Okay. 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 Ja, ich save mal. Yo, yo. Please save. Thank you. Kapitel 1 Interessante Musik. Und jetzt sitzen wir da mit unseren shiny, shiny Aura. Yay. Okay. 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 Das ist das, was du in der Nähe des Fernsehempfels ausgestattest. Das ist das, was du in der Nähe des Eden? Das ist das, was du in der Nähe des Fernsehempfels? Das ist das, was du in der Nähe des Eden? Ok, einfach nur random. Aber gut! Das ist eine gute Frage, warum hilft sie uns überhaupt? Das ist okay. Ich werde es wiederholfen. Ich werde es noch nicht mehr so machen. Ich werde es noch nicht mehr so machen. Ich werde es nicht mehr so machen, aber ich werde es nicht mehr so machen. Ich werde es nicht mehr so machen. Ich habe es nicht mehr so verstanden, aber ich bin wirklich ein Däten. Aber du hast mir gehört, und auf der Sofa zu kreieren. Ich habe eine halbe Cyber-Body, okay, okay. Wenn wir die Daten von Avatar-Daten finden, dann wird es weitergekommen. Die Frage ist, ob wir in diesem Fall logieren können, oder ob wir den Aiden einloggen, oder nicht? Und wir müssen einfach mal aus. Hm? Was ist das? Wie war das? Springen wir in den Fernseher! Gute Idee! Jump! Spring rein! Du sollst rein springen, nicht durchgreifen! I took a leap of faith, okay? Eh, eh, die G-network! Okay, ich kann jetzt rundherum fliegen, oh mein Gott! Kann ich hier? Ich kann hier speichern. Gut, ich weiß nicht, was hier losgeht. Wir haben unser Palmon wieder, ich freue mich. Und ich kann hier speichern, ne? Glaube ich. Haben wir nicht so? Ich kann hier speichern. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, beende ich den heutigen Part. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber ist ja total egal. Denn wir werden es schon alle herausfinden. Der Part ist viel zu lang. Aber egal. Leute! Dann sind Sie dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann! Tschau Leute!